Als die Leute der Sekten damals in seiner Zeit behauptet hätten, der Koran ist erschaffen und das ist eine Kuffer-Aussage nach Ahl-i-Sunnah wal-Jamaah, ist er auf dem geraden Weg geblieben. Er war ein Einzelner, weil auch in der damaligen Zeit einige Gelehrte ihre Ansicht geändert haben bzw. getötet wurden. So blieb er als Einzelner übrig und er wird Imam-i-Sunnah genannt. Warum? Er hat den Weg der Sunnah belegt. Das ist manchmal schmerzhaft und das ist manchmal kein leichter Weg, aber es ist ein erfolgreicher Weg. Sei dir gewiss, oh Diener Allahs. Und deswegen, ihr werdet immer sehen, die Leute der Bidda'a werden gegen uns schießen. Natürlich, schaut mal, subhanallah, was ist der Unterschied zwischen mir und diesen Leuten der Bidda'a. Bleibt auf dem Weg von Ahl-i-Sunnah. Wallahi, solange ihr auf diesem Weg bleibt und nicht nach links und nicht nach rechts schaut, werdet ihr, biiznillah ta'ala, auf diesem geraden Weg bleiben. Aber leider gab es Geschwister, einige, möge Allah, sie und uns recht leiten, sie waren auf dem gesunden Weg. Aber durch die sozialen Netzwerke haben sie das Land der Krankheit bewohnt. Obwohl sie waren erstmal in Sicherheit und sie waren in einer gesunden Phase. Aber subhanallah, sie wollten unbedingt das Land besuchen, wo es Krankheiten und Übel gibt. Weil sie der Fitna nachgegangen sind, haben sie sich in diese Länder begeben und sind dadurch in diese Fitna hereingestürzt. Möge Allah sie dort rausholen. Und wir haben euch immer gesagt, wir haben euch immer gesagt, es gibt 72 Gruppen. Was denkt ihr, dass die meisten auf dem richtigen Weg sind oder die wenigsten? Und es sind die wenigsten und das sollten wir verstehen. Das muss man einfach begreifen. Und ich hatte schon mal die Aussage von Abdullah ibn Mas'ud, die Ibn al-Qayyim in Ilam al-Muakirin übertragen hat. Dass Abdullah ibn Mas'ud sagte, die meisten haben sich vom geraden Weg verabschiedet. Sie haben den geraden Weg verlassen. Es sind nur die wenigsten. Aber du bist auf der Wahrheit, solange du an Koran und Sunna festhältst, auch wenn du ein Einzelner bist. So sagt Abdullah ibn Mas'ud. Und das ist der Weg von uns. Wir schauen nicht nach links und nach rechts. Wir schauen nicht auf diejenigen, die sagen, wir sind die Mehrheit. Und wir schauen nicht auf diejenigen, die sagen, wir sind die Minderheit, deswegen sind wir richtig. Richtig ist der, der mit Koran und Sunna übereinstimmt, sei es die Mehrheit oder die Minderheit. Das ist unsere Religion. Was sagte Abdullah ibn Mas'ud? Selbst wenn du eine einzelne Person bist. Imam Ahmed, rahmatullah Ali, als die Leute der Sekten damals in seiner Zeit behauptet hätten, der Koran ist erschaffen. Und das ist eine Kuffraussage nach Ahl-i-Sunna wal-Jamaa. Ist er auf dem geraden Weg geblieben. Er war ein Einzelner, weil auch in der damaligen Zeit einige Gelehrte ihre Ansicht geändert haben, beziehungsweise getötet wurden. So blieb er als Einzelner übrig. Und er wird Imam-i-Sunna genannt. Warum? Er hat den Weg der Sunna belegt. Das ist manchmal schmerzhaft. Und das ist manchmal kein leichter Weg. Aber es ist ein erfolgreicher Weg. Sei dir gewiss, oh Dina Allah. Und deswegen, ja ich war. Ihr werdet immer sehen, die Leute der Bidda'ah werden gegen uns schießen. Natürlich. Schaut mal, subhanallah, was der Unterschied zwischen mir und diesen Leuten der Bidda'ah. Ihr wisst, ich nenne keinen beim Namen. Ich sage, diese Sekte hat ein, zwei, drei. Wie ihr es gewohnt seid. Seit über ein Jahr machen wir diese Unterrichte. Möge Allah uns den Lohn schreiben. Wir wollen nur aufzeigen, wer diese Leute sind. Mehr nicht. Es geht uns nicht um Persönliches. Aber die anderen, die Sektenmitglieder, was machen sie? Sie müssen immer unseren Namen nennen. Das hat natürlich verschiedene Gründe. A, kriegen Sie Klicks, weil Ihnen sonst keiner zuhört. B, ist es so, dass es schon bei vielen sehr persönlich ist. Und C, ist die Angelegenheit so, dass Sie einfach den Leuten zeigen wollen, schaut mal diese Person. Wir warnen euch, damit Sie unsere Person fallen lassen. Aber, Alhamdulillahi, Rabbil Alameen. Warum antworte ich nicht auf jeden Irregehenden? Allah Azzawajal sagt, und ich bitte Allah Azzawajal, dass er uns erstmal unter den Gläubigen schreibt. Inna Allahe yudafi'u anillazina amanu. Wahrlich Allah, er verteidigt die Gläubigen. Und Alhamdulillahi, Rabbil Alameen. Meine Aufgabe ist es, aufzuzeigen, wer diese Leute sind. Aber ich beschäftige mich jetzt nicht mit einer Person und mache tausend Widerlegungen gegen ihn. Weil, ich habe euch damals immer gesagt, das Schöne bei den Unterrichten, ich gebe euch nicht nur vor, wer diese Sekte ist, sondern ihr lernt auch gleichzeitig die Kawa'i, die Regeln von Ahlus Sunnah. Und wenn ihr die Kawa'i, die Regeln von Ahlus Sunnah lernt, dann wisst ihr automatisch, wer Ahlul-Bida'a ist. Ich gebe euch nur ein Beispiel. Einer von diesen ebenfalls Irregehenden, der versucht hat, ich sage versucht hat, nicht ein Widerlegungsvideo zu machen, sondern versucht hat, ein Widerlegungsvideo zu machen, was ihm gänzlich missfallen ist. Aber, subhanallah, da siehst du, die Leute müssen was sagen, weil ansonsten sagen die anderen, ja, hast du keine Argumente gegen Abu'l-Bara. Deswegen schießt man irgendwie. Überleg mal, du sagst zu jemandem, der ein Gewehr hat, schieß aber triff. Er schießt aber, was soll er treffen? Er hat kein Ziel. Deswegen, er hat einfach geschossen. Damit es heißt dann, nach einem Monat später, Mabruk, nach einem Monat später, will er irgendwas bringen. Subhanallah, was haben die gebracht? Wallahi, außer Dalal nichts. Und ich bezweifle, bei Allah, und ich meine das im Ernst. Und ich stehe mit dieser Aussage vor Allah. Ich bezweifle, dass diese Leute jemals richtig ihre Religion gelernt haben. Weil sie weder links von rechts unterscheiden können. Weder können sie die Sonne vom Mond unterscheiden, noch können sie den Himmel von der Erde unterscheiden. Das heißt, was bleibt übrig? Überlegt mal, eine Person, er bekommt klar gesagt, klar gesagt. Ich frage euch jetzt, liebe Geschwister. Es gibt ein Ijma' bei Ahlus Sunnah wal Jamaah, sprich Sahaba, Tabi'un, Tabatabi'in. Bei den Sahaba, bei den Schülern der Sahaba und den Schülern der Schülern der Sahaba. Dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der über dem Himmel ist. Dann kommt er mit Aussagen von Asha'irah, die Jahre später gekommen sind. Erstmal, uns interessieren weder deine Leute, die du jahrelang später bringst, und schon gar nicht die Namen der Asha'irah, die du genannt hast, von denen manche Ridder gemacht haben. Aber Alhamdulillah, sie sind zurückgekommen zum Weg. Das heißt, sie haben den Islam verlassen und sind zurückgekehrt zum Weg. Willst du uns eigentlich auf den Arm nehmen? Schämst du dich nicht, mit Namen zu nennen von Leuten, die Ridder gemacht haben? Und nochmals, möge Allah subhanahu wa ta'ala sie wieder zurücknehmen, weil sie haben Tauber gemacht vor ihrem Tod. Möchtest du mit Namen kommen? Wallahi, schämst du dich nicht? An deiner Stelle würde ich mich in Grund und Boden schämen. Du weißt, wen ich meine. Fakluddin, Razi und ähnliche, die du erwähnt hast. Diese Leute, hast du mal ihre Biografie gelesen? Hast du mal gelesen, was sie geschrieben haben? Du schämst dich nicht, diese Leute auf der Stufe von Sahaba und Tabi'in und Tabatab'in zu stellen? Ich habe dir den klaren Ijma genannt. Wo bist du der Wahrhaftige? Du willst ja wahrhaftig sein. Redest ja mit einer ruhigen Stimme, damit man denkt, dass du etwas wissend bist. Aber selbst das hat dein Wissen nicht gezeigt. Du bist einfach ruhig und unwissend. Möge Allah subhanahu wa ta'ala dich recht leiten. Und du hast das mit voller Absicht gemacht, weil du bist auf keinen Punkt eingegangen, wo es um den Ijma ging. Ich nenne Koran, Sunna, Ijma. Was nennst du? Fakluddin, Razi, Nassafi? Ja, schämst du dich nicht? Subhanallah. Abu Bakr, Uthman, Omar, Ali. Und dann kommst du mit den Späteren, die teilweise Ritter gemacht haben? Wo ist dein Aql? Nummer 1. Nummer 2. Ich rede gerade über die Ahbash, falls man nicht gemerkt hat. Soll ich mich mit diesen Leuten auseinandersetzen? Wallahi, nein. Ich habe ganz klar in den Unterrichten klargemacht, wer meine Unterrichte gesehen hat, hat gegen jedes Argument, was er gesagt hat, einen klaren Widerspruch gesehen. Jedes Argument. Und dann, aber er muss irgendwas sagen, weil die Leute haben ihn gedrängt. Komm, sag mal was. Faddal, Yahash. Yalla, imchi. Und dann, ja. Und dann, ja. Ja.